Wenn man selber einen Auftritt hat, bringt man es sofort mit. Jetzt noch kurios-musik.de, gratis zum Download. Das ist kurios. Ich bin Bigosch. Auf geht's. Was ist denn Liebe? Liebe ist, wenn du die ganze Zeit ein Kribbeln hast, dich die Person an deiner Seite vollkommen glücklich macht. Du nix vermisst und alles so dir gefällt und alles, was hier grad passiert ist, einfach so wie es sollte. Ich hab dich so gern hier bei mir und das ist jeden Tag. Und was die anderen alle sagen, ist mir scheißegal. Ich liebe es, wenn du mich anguckst und lachst. Ich liebe dich, ich bin so froh, dass ich dich hab. Ich wollte nicht, dass ich hier alles so zerstört hab. Ich hoffe, du kommst zu mir zurück, doch dazu fehlen mir die Wörter. Ich hab anschein' kein Glück und alles hört sich für dich verkehrt an. Du warst die erste Frau, die mir hier wirklich was wert macht. Und dann hast du deine Sachen gepackt. Ich hab mich bei dir noch entschuldigt, doch du nimmst es nicht an. Wenn man sich streitet, ist mich immer nur der eine schuld. Ich will dich einfach nur zurück, doch leider denken wir nicht beide so.